vivo x60 oder oneplus 9r das fragen sich viele von euch wenn ihr zwischen den beiden produkten schwankt hilft euch dieser vergleich ich beschränke mich auf die merkmale der produkte und vergleiche die unterschiede in den kategorien design bildschirm leistung kameras audio akku und eigenschaften am ende des videos bekommt ihr ein gesamtergebnis für aktuelle preise und erfahrungsberichte auf amazon könnt ihr einfach auf den link in der beschreibung unten klicken design beim punkt design gewinnt das vivo x60 sehr knapp mit 51 zu 49 punkten es kann hier durch folgende vorteile überzeugen 13,4 gramm leichter 1 mm dünner 1,4 mm kürzer und 11,6 prozent geringeres volumen das oneplus 9r hat auch seine stärke mit folgenden vorteil 0,9 mm schmaler bildschirm bei der kategorie bildschirm ist das oneplus 9r mit 72 zu 56 punkten eindeutig vorne es punktet hier mit folgenden vorteilen ein prozent höhere pixel dichte ein prozent höhere auflösung besitzt bruch und kratzfestes glas und bildschirm ist immer an das vivo x60 hat auch etwas vorzuweisen mit folgenden vorteil 0,1 prozent größere bildschirmgröße leistung bei der kategorie leistung gewinnt das vivo x60 deutlich mit 94 zu 87 punkten es glänzt hier mit folgenden vorteilen 5,7 prozent schnellerer prozessortakt 2 nanometer kleinere halbleiter größe nutzt hmp 0,6 prozent höheres benchmark ergebnis und hat a vx das oneplus 9r kann auch punkten und folgenden vorteil vier gigabyte mehr arbeitsspeicher kameras beim punkt kameras gewinnt das vivo x60 sehr knapp mit 79 zu 77 punkten es sticht hier durch folgende vorteile heraus 4,2 prozent mehr megapixel der hauptkamera zweifach mehr megapixel der frontkamera und hat einen vorderseitigen led blitz das oneplus 9r kann auch punkten und hat folgende vorteile zweifach bessere qualität der videoaufnahme 5,6 prozent größere blende bei minimaler brennweite und vier prozent größere blenden öffnung bei minimaler brennweite der frontkamera audio beim punkt audio gewinnt das oneplus 9r eindeutig mit 69 zu 12 punkten es glänzt hier mit folgenden vorteilen hat eingebaute stereo lautsprecher hat ein radio und ein mikrofon mehr akku im bereich akku gewinnt das oneplus 9r eindeutig mit 78 zu 65 punkten es schlägt sich hier bei folgenden merkmalen besser 4,7 prozent mehr akkuleistung und kann andere geräte kabellos aufladen reverse wireless charging eigenschaften bei der kategorie eigenschaften gewinnt das oneplus 9r eindeutig mit 99 zu 83 punkten es schlägt sich hier bei folgenden merkmalen besser 6,2 fach schnellere downloads ist von der digital living network alliance zertifiziert 0,1 versions punkte neuere bluetooth version 15 fach schnellere uploads unterstützt ant plus hat einen infrarot sensor benutzt eine 3d gesichtserkennung hat ein iris scanner und unterstützt galileo ergebnis mit 91 punkten schlägt das oneplus 9r in der gesamtwertung eindeutig das vivo x60 mit 74 punkten für aktuelle preise und erfahrungsberichte auf amazon könnt ihr einfach auf den link in der beschreibung unten klicken wenn euch dieser vergleich auf basis von spezifikationen gefallen hat freue ich mich riesig über einen daumen hoch wenn euch etwas fehlt oder sich ein fehler eingeschlichen hat schreibt es mir bitte in die kommentare lasst mich und alle anderen auch unbedingt wissen für welches smartphone ihr euch entschieden habt und warum ich freue mich über jeden like wenn ihr neue vergleiche nicht verpassen wollt abonniert jetzt meinen kanal und aktiviert die glocke